Servus, meine Lieben! Willkommen zurück zu einer Runde No Man's Sky mit dem Voucher und mit dem Alterle. Ich habe die Ego-Perspektive wieder drin. Wir sind weiterhin auf unserem toxischen Planet. Hier haben wir gestern aufgehört, Leute. Ich will nur mal ganz kurz probieren, bevor wir in die Folge einsteigen. Ich will die Taschenlampe mal checken. Hier, ne? Ja, so sehen wir ein bisschen mehr. Leute, ich habe leider die Kommentare unter dem ersten Video noch nicht lesen können, falls da welche kommen. Ich habe die zwei Folgen hintereinander gemacht, dass die am Stück mehr oder weniger hier ablaufen. Und ich weiß jetzt also noch nicht, ob wir es weiterspielen werden. Was ihr dazu gesagt habt, da bin ich sehr gespannt drauf, nach wie vor. Kann man das mit X wieder wegmachen, das Menü? Sehr schön. Ob bleibt dann die Taschenlampe? Geht die dann wieder aus? Das ist aber nicht das, was ich will. Ich drücke mit F. Taschenlampe ein- oder ausschalten. Ich mache mal F. Taschenlampe kann jetzt nicht verwendet werden. Alles klar, le? Alles klar. Wer braucht schon Taschenlampe? Wer braucht schon Taschenlampe? Machen wir sie wieder weg? Gehen wir im Dunkeln weiter. Ah, es wird hell. Okay, was haben wir denn hier? Machen wir das X-Menü weg? Geht das jetzt nicht mehr weg? Leute, ach doch mit Rechtsklick. Du musst halt auch lesen. Gestern habe ich so viel gelesen in der Folge und heute so, ne? Beschädigte Maschine. Was braucht denn das Zeug alles? Ich habe halt nicht wirklich Ahnung, wo ich die Sachen kriege, was ich mache. Chromatisches Metall. Das haben wir schon mal gelesen. Das haben wir schon mal gelesen. Metallplatte. Repariere den Impulsantrieb. Stelle eine Metallplatte her. Greife mit Tab auf dein Inventar zu. Stelle mit, hm, etwas in leere Plätze her. Ah, Tab. Hier. Ach super. Da haben wir eine Metallplatte. Ich habe eine Metallplatte hergestellt. Wenn ich jetzt nochmal eine will, ich will mal wissen, warum ich die herstellen konnte. Ach, mit Units. Oh, Leute. Leute, ich habe eine Metallplatte hergestellt. Repariere den Impulsantrieb. Yay, wir kommen hier weg. Oh, ich muss gleich wieder uns aufladen. Ich gehe ins Raumschiff. Nein, nicht reinsitzen, Alterle. Nicht reinsitzen. Geh wieder raus. Wir brauchen, was brauchen wir? Ich brauche die Dinger wieder hier. Pass mal auf, Leute. Wir müssen unser Giftschild aufladen, sonst sind wir tot. Das war Kohlenstoff. Hier. Und denk an die Drohne. Denk an die Drohne. Sie wird dich holen, Alterle. Oh, ich sehe schon Giftschutz bei 25%. Machen wir nicht lang rum. Gehen wir direkt rein in den Exo-Anzug. Bestimmt gibt es auch bessere Kürzel. Gefahrenschutz. Danke. Die Wasserstoff. Hier haben wir immer noch das Problem Sauerstoff. Oder Dioxid. Ich gucke mal, ob ich jetzt hier nicht einfach... Was ist denn das hier? Raumschiff Treibstoff. Warp. Was ist denn hier alles? Vielleicht gibt es die... Da ist doch die Wasserstoffzeug. 32. Da müssen wir noch 8 holen. Dann kann ich hier auch ausbauen. Oh, das ist gut, Leute. Ich scanne mal wieder. Wo sind die blauen... Drohne. Drohne. Geh weg. Da oben ist ein H. Da gehen wir kurz hin. Wir laufen hier natürlich durch die Giftsuppe. Wir haben uns ja gerade erst aufgeladen. Jetpack kurz benutzt. Hier, Leute. Das sind die blauen Kristalle. Überlebenswichtige Kristalle. Ist die Drohne irgendwo hinter mir? Da hat es auch Vögel da oben. Die Wasserstoff. Jetzt haben wir normalerweise genug, um uns einmal dieses Ding herzustellen. Ich gehe mal hier auch mal eben rein. Wo war das wieder? Exo-Anzug, glaube ich. Und dann habe ich hier drauf gedrückt. Die Wasserstoff. Und jetzt kann ich doch Lebenserhaltungsma... Dioxid. Was habe ich denn jetzt überhaupt her... Jetzt habe ich wieder irgendwas gemacht. Wird aus die Wasserstoff synthetisiert. Ein schwachleuchtendes Gelee, das schwaches Licht und das schwachleuchtende Wabbeln täuscht hinweg. Kontakt mit der Haut sollte unbedingt vermieden werden. Oh, Mist. Ich habe Mist gebaut, Leute. Ich will hier... Jetpack ist klar. Schutz haben wir noch ein bisschen. Lebenserhaltung. Entweder Sauerstoff. Sauerstoffkapsel. Lebenserhaltungsgel. Oder Dioxid. Nochmal rein. Was ist das hier? Raumschiff-Treibstoff. Ich glaube, das ist alles Raumschiff. Was haben wir hier drin? Metallplatten. Ach, hier sortiert es das dann nochmal. Es sieht nicht so aus, als ob wir was bauen könnten, was uns da irgendwie weiterhilft. Leute, bei Lebenserhaltung. Wie mache ich denn das dann? Wenn ich jetzt bei der Lebenserhaltungsmaßnahme Bock hätte, mich mal wieder ein bisschen hochzupuschen. Sammle Sauerstoff. Ah, wir müssen es sammeln. Wir müssen es irgendwie sammeln. Da höre ich jetzt auch noch Möwen pfeifen hier. Als wären wir hier in der ruhigsten Gegend der Welt unterwegs. Waffenladung aufgebraucht. Jetzt ist das Ding auch schon wieder leer. Oh, Legomio. Da ist einiges im Argen. Kohlenstoff. Wir holen jetzt erstmal Kohlenstoff ran. Und zwar in der Hoffnung, dass uns die blöde Drohne nicht gleich wieder wegkickt. Alter, sammeln mal richtig fett Kohlenstoff. Dass es einmal wieder vollgeladen ist, ist das gute Ding. Also bis jetzt macht es mir tierisch Spaß, muss ich sagen. Nochmal zum, um das Wort nochmal aufzugreifen. Ich habe es tatsächlich 2016 mehr oder weniger wie viele herbeigesehnt. Habe auch gelesen, was alles geschrieben wurde. Und habe dann natürlich auch die schlechte Presse mitbekommen, die das Spiel gekriegt hat und so weiter. Ich hätte es trotzdem gespielt. Weil für mich war wichtig, reinhocken in ein Raumschiff, ganz viele Planeten am liebsten ohne Limit angucken zu können. Und mein Rechner hat es damals nicht geschafft. Dann habe ich es verworfen. Dann kam irgendwann, jetzt können sie Basebuilding machen. Ich habe die Rover gesehen und so und dachte, boah, musst du unbedingt eine Runde zocken. Keine Zeit gehabt, der Kanal voll mit anderen Dingen. Und heute habe ich gedacht, scheiß drauf. Dann war es auch nochmal im Angebot, das Spiel und so. Und dann dachte ich, jetzt gibt es bestimmt den einen oder anderen, den es auch interessiert. Jetzt gucken wir es uns an. Und jetzt bin ich halt hier, vier Folgen, habe ich gedacht, machen wir auf jeden Fall mal. Oh, wenn ich das aber immer so einzeln aufladen muss. Mit Kuh haben die gesagt, gell. Warum hat es denn jetzt auf einmal den Laser hochgeschossen? Und was ist das da unten? Ferit, brauchen wir eh. Nimm das alles mit, Alter. Aber vergesst nicht Kohlenstoff. Und ich brauche schon wieder eine Aufladung für den Giftschutz, Leute. Er macht irgendwas, aber was? 16 Kohlenstoff, machen wir weiter. Ja, wir kommen da schon rein, glaube ich, in das Spiel. Es ist nur mal, bis man hier weg ist und mal ein Planet dann gefunden hat. Ich hoffe natürlich, wenn wir später im Raumschiff loggen, dass wir den Planet schon so ein bisschen vorscannen können und wissen, ob wir wieder auf sowas hier landen. Wobei, ich mag die Umgebung eigentlich, dieses... Ach gut, guck mal, wie viel Kohlenstoff wir jetzt rausgewonnen haben aus dem Ding. Ich verstehe. Ich verstehe. Jetzt muss ich gucken, ob ich das Raumschiff wieder finde gleich. Nicht-intifiziertes Mineral. Ich ziehe das jetzt durch, bis es weg ist. Und dann haben wir es komplett abgebaut. Jetzt, pum. Okay, das ergibt sich mir. Wir gehen nochmal in den Exo-Anzug. Ich lade nochmal unser Gefahrenschutzschild. Oh, nee, du musst Natrium finden. Hast du schon wieder verpasst, gell? Haben wir hier irgendwas? Haben wir auch nichts? Oh, ist das übel. Du musst Natrium finden, Dickerle. Und zwar am besten... Da oben ist auch irgendwas. Das will ich jetzt auch noch sehen. Hier ist, glaube ich, was, was wir brauchen werden, Leute. Erstmal die Natrium-Blume. Wo ist die? Ah, die ist nochmal um die Ecke. Was haben wir denn hier? Jetpack Stromstoß entdeckt. Oh, einen Stromstoß haben wir entdeckt. Scanner wird aufgeladen. Guck mal, lassen wir mal da hochgehen. Da war doch dieses rauchende Ding. Bestimmt finde ich da was. Jetpack Stromstoß wird schwächer. Giftschutz bei 25%. Wir sind schon wieder am Abnippeln. Ah, das ist wieder zum Reparieren halt, ne? Jo, komm, scann doch mal. Wir brauchen Natrium, mein Freund. Hier ist die Wächterdrohne. Das elende Miststück. Was haben wir hier? Sauerstoffreiche Pflanze, Leute. Die hole ich mir. Ja, ja. Das lauf außenrum. Wenn du es mit dem Jetpack noch nicht so drauf hast. Natrium ist schon mal wichtig. Die CO2-Pflanze würde ich mir gerne holen. Und dann natürlich irgendwie wieder das Raumschiff zurück. Natrium brauchen wir jetzt erstmal für das Giftschild. Das ist das Wichtigste, Leute. Ja, aber ich muss ja nicht stressen. Ich habe es ja nicht eilig, ne? Wir müssen halt einfach nur gucken, dass wir überleben. Weil wenn wir überleben, haben wir auch eine Chance. Was ist das, die CO2-Pflanze hier? Oder O2-Pflanze? Okay, ich gehe rein. Ich gucke mal, was ich machen kann für uns. Einmal den Giftschutz bitte aufladen, so gut es geht. Lebenserhaltung. Ja! Ja! Freude kommt auf! Und gleich nochmal scannen. Vielleicht findet man noch was. Scanner wird aufgeladen. Kann man den... Da vorne ist Natrium. Oh, das sieht gut aus. Die holen wir uns noch, die beiden. Und dann überlege ich mal. Jetzt haben wir die Metallplatte, die können wir einbauen. Und irgendwas hat noch gefehlt. Das schauen wir uns jetzt natürlich gleich an. Ich bin immer auf der Shift-Taste drauf. Ich power die Männlein so aus, das ist nicht mehr schön. Langsam. Da unten sieht man das schön an der Symbolik. Multiwerkzeugerweiterung. Analysierer. Der Analysierer installiert. Boah, das müssen wir natürlich alles machen. Ich weiß noch nicht wann und mit was und wie. Ich komme ja von einem ins andere. Grab. Ach, das ist mein Grab. Lass mal hinlaufen. Nicht, dass da noch Sachen drin sind oder so. Ich dachte vorhin, Grab. Haja, die haben hier irgendwo eine Grabstätte auf dem Planeten, die Jungs. Okay, pass auf. Damit wir jetzt hier nicht in Schwulitäten kommen. Nochmal direkt geguckt. O2. Da hinten, die holen wir uns auch wieder. O2 und dann Richtung Grab, würde ich sagen, oder? Und natürlich immer hier ein bisschen Staub mitnehmen. Und Kohlenstoff. Immer ein bisschen. Wir müssen nicht alles mitnehmen. Hier, guck dir das an. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Da war doch gerade noch eine. Nimm sie mit, Alter. Du kannst deine Lebenshaltungsmaßnahmen erbessern. Erbessern. Das neue Wort hier im Wortschatz vom Voucher. Erbessern. Die Viecher. Oh je, ich hab die noch gar nicht angeguckt. Vor lauter Angst. Oh, C plus da hinten. Da gehen wir auch gleich hin. Da gehen wir auch gleich hin. Erst mal einsammeln und dann gucken. Wieso seid ihr so sauer? Oh, da hinten ist eine von den Blauen. Die hol ich mal auch. Lum, li, lum. Wo sehe ich denn jetzt meinen Flieger? Leute, ich hab unseren Flieger aus den Augen verloren. Jetpack Stromstoß entdeckt. Wo ist unser Flugzeug? Leute, wo ist denn jetzt der Flieger? Wo ist der Flieger? Wie erkenne ich denn jetzt, wo der Flieger ist? Ich scanne nochmal. Da ist Natrium. Ey, Leute. Ich hab, glaube ich, den Flieger aus den Augen verloren. Da müsste es doch normalerweise radarmäßig irgendwas geben. Guck mal, das ist bestimmt ein voll fettes Natrium-Vorkommier. Guck mal. Jo, das ist cool. Machen wir mit Kuh? Nee. Ist das Natrium? Das packt wahrscheinlich mein kleiner Scanner halt auch nicht, ne? Nochmal drauf, Alter. Raumschiff kann nicht lokalisiert werden. Baue Kohlenstoff-Nano-Rohr. Oh. Kohlenstoff-Nano-Rohr. Kann das sein, dass ich jetzt das Raumschiff einfach verloren hab? Guck mal, hier geht gar nix. Tap und stelle etwas her. Kohlenstoff-Nano-Rohr. Wo ist denn das hier? Kohlenstoff-Nano-Rohr. Ich baue es mal. Okay. Hier nochmal kurz rein. Der Mini-Laser. Ich lade ihn einfach mal auf. Ey, ich hab da bestimmt, mach ich da einen Fehler mit dem Aufladen, oder? Der Gift-Schutz ist gleich schon wieder unten. Boah, alwele. Ich glaube, wir haben jetzt ein Problem. Der Gift-Schutz. Doch, ich kann. Natrium. Was ist denn das hier? Lebenserhaltungsmaßnahmen. Hauen wir auch hoch. Das Jetpack. Da brauche ich nix machen. Ich muss jetzt das Raumschiff wieder finden. Ich weiß nicht wie. Werkzeuge. Warnung, Raumschiff kann nicht lokalisiert werden. Analysierer. Installiere mit E. Gehe mit Tab im Multi-Werkzeug-Inventar und installiere das Analysierer-Visier mit E. Probieren wir. Wir gehen hier rein. Multi-Werkzeuge. Mit E. Ich muss wahrscheinlich jetzt den Scanner erstmal auswählen. Nee. Nee. Wie soll ich denn das machen? Nochmal. Greife mit Tab auf den Multi-Werkzeug-Inventar zu. Installiere das Analyse-Visier mit E. Aufs Multi-Werkzeug-Menü greife ich zu. Ach, ich muss vielleicht hier erst eins bauen, oder? Weiß jetzt nicht, warum das nicht geht. Technologien installiert. Mit E. Ah, alles klar. Okay, und wie kann ich den jetzt benutzen? Spezielle Entdeckungsuntersuchungen zum Bedienen F gedrückt halten. Zum Zoomen mit der rechten Maustaste drücken. Ah. Oh. Sehr cool. Ist das das Raumschiff da hinten, Leute? Außerirdisches Artefakt? Nein, Alter. Machen wir eins nach dem anderen. Drücken wir F nochmal. Da ist das Raumschiff. Yay, wir haben es wieder gefunden. Das ist auch so angezeigt. Ach, jetzt haben wir da oben auch so eine Radar-Geschichte. Alles klar. Wird schon besser. Wir gehen jetzt mal das Metallrohr verbauen, oder die Metallplatte in dem Fall. Testen das Analyse-Visier. Hehehe, ja, ihr wisst schon, ihr kennt mich ja. Analyse-Visier. Markiere interessante Punkte. Analysiere Pflanzen, Tiere oder Mineralien, um Units zu erhalten. Also pass auf, ich analysiere dich jetzt mal hier. Jetzt kennt er tatsächlich diese Wurzel, Leute. Tukarit. Entdeckung ansehen mit P. Allgemeine Optionen, Grafik, Netzwerk, Sprache, Steuerung, Entdeckungen. Oh, Lego-Mio, Leute. Kann das sein, dass das ein sehr umfangreiches Game ist? So vom Gefühl her würde ich sagen, da geht richtig was. Okay, was ich jetzt schon wieder nicht mehr weiß... Jetzt pass auf, jetzt machen wir das mal folgendermaßen. Ich scanne mal die hier. Zum Markieren E gedrückt halten. Das muss ich alles noch rausfinden. Jahrhundertalte, Hitzesuchend. Was? Jahrhunderte, Alt, Hitzesuchend, andere Pflanze, Bewegungsfähigkeit, Kohlenhydrate, Monoxid. Ah, Kohlenstoff ist ja richtig. Ah. Jetzt sehe ich, was drin ist. Und jetzt sehe ich auch, wie sie heißt. Und die kann ich auch noch umbenennen, habe ich gehört. Oder werden wir vielleicht, falls wir weiterspielen, werden wir da einen schönen Spaß uns machen. Wenn wir unseren Planet gefunden haben, dann benenne ich alles um. Da könnt ihr da mitmachen. Ich lasse mir was einfallen. So, pass auf, wir gehen wieder rein. Ich will das Hitzeschutzschild wieder aufladen. Ich bin natürlich noch ein bisschen obernervös, dass ich hier auch wirklich durchkomme. Kann ich nicht irgendwie... Ich lade mit links immer auf, Leute. Er verbraucht aber, glaube ich, alles, was ich so habe, ne? Kann ich auch immer nur so viel aufladen, dass der Rest übrig bleibt? Mordit haben wir jetzt gekriegt, glaube ich. Oder ist da 16 Mordit drin? Pilzschimmel. Ich nehme alles mit. Ich nehme alles mit, was wir kriegen. So, warte mal. Jetzt mache ich mal langsam. Pass mal auf, ich zeige euch, was ich gemeint habe. Ich gehe in den Exo-Anzug. Gefahrenschutzschild. Er verbraucht immer alles. Was ist denn das hier? Trotz zahlreicher Studien ist über diese unheimliche kristalline Verbindung nur wenig bekannt. Sie wird von den Kadavern sterbender Kreaturen freigesetzt. Dann ist es Aas, oder? Ich gehe jetzt mal zum Raumschiff zurück. Das würde ich heute schon noch gerne irgendwie halbwegs repariert bekommen. Momentan geht es uns sehr gut, ne? Ey, du kannst natürlich... Giftschutz aktiv. Da waren wir wahrscheinlich gerade eher im nicht-toxischen Bereich. Das ist doch mein Raumschiff hier, oder? 200 Fuß sind wir weg. Wahrscheinlich kriege ich jetzt schon die ersten Mods. Oh, das Alien-Atefuck kann es ja nicht einfach liegen lassen. Ich habe keine Ahnung, Leute, wie gesagt, ne? So, und ab und zu ein kleiner Hinweis von euch. Nicht zu tief vorgreifen. Ihr wisst, ich merke mir immer nur die Hälfte. Da gibt es dann immer... Das ist immer unschön, wenn ganz viel Mühe es sich jemand gibt und mir ganz viele Tipps schreibt und ich vergesse die Hälfte. Deswegen sage ich es immer auch gleich mal dazu. So, meine Lieben. Oh, er hat gerade gefangen. Guck mal hier. Höhlenkürbis. Den kann ich nicht mit E. Muss ich denn vielleicht mit Q? Ja, wir haben einen Höhlenkürbis, aber wenn ich das hier benutze... Weiter geht's, Alter, leck weg! Die ist sauer, wenn du ihren Höhlenkürbis benutzt. Stell dir vor, dein Höhlenkürbis würde jemand angrapschen. Geh weg, Drohne. Oder ist die mittlerweile vielleicht lieb? Flicke den Impulsantrieb. Ja, da sind wir ja dran. Ich kann doch jetzt hier... Die sucht halt da ab. Das erinnert mich voll an Matrix, ey. Raumschiff. Impulsantrieb. Hier, die Platte. Die baue ich ein. Die ist eingebaut. Und was müssen wir hier noch machen? Hermetisches Siegel. Kann ich doch jetzt bestimmt hier, ne? Sieht jemand das hermetische Siegel, Leute? Projektilmunition? Nee. Wie kriege ich denn jetzt raus, wie ich das machen muss? Beschädigtes Teilsystem. Um diese Technologie einzusetzen, müssen vorher alle Teilsysteme repariert werden. Repariere hermetische Siegel. Reparieren diese Technologie. Reparieren mit... Wenn ich das wüsste gerade. Wenn ich das wüsste gerade. Impulsantrieb. Hier sieht es auch nicht gut aus, ne? Ah, das haben wir schon gebaut, zufällig. Beschädigtes. Bla, bla, bla. Subsystem. Der Internet natürlich um die volle Funktion zurückversetzt. Um diese Technologie einzusetzen, müssen Sie vorher alle bla. Beschädigtes. Startschub. Düse-Teil. Reines Ferrit. Genau. Und jetzt sind wir nämlich an dem Punkt. Bau nicht möglich. Reines Ferrit. Wie kriege ich das? Wabzeile? Wie kriege ich jetzt reines Ferrit? So richtig ergibt sich mir das noch nicht ganz, Leute. Ich gehe mal in Multi-Werkzeug. Ne, das war reines Ferrit. Und was ist denn das hier für eine Anzeige eigentlich da unten? Betritt das Raumschiff und sieht den Diagnosebericht des Schiffs an. Ich gucke mal, vielleicht kriege ich da neue Infos. Da ist da noch ein Raumschiff, ne? Ah ja, es läuft schon besser. Boah, wenn ich nur rausfinden würde, wie und was und so, ne? So, wir hocken mal rein. Jetzt machen wir die Diagnose nochmal. Vielleicht findet man dann schon mehr raus. Funktionstüchtig. Raumschiff schwer beschädigt. Unverzichtbare Bestandteile fehlen. Die erforderlichen Komponenten konnten nicht synthetisiert werden. Der Impulsantrieb benötigt ein hermetisches Siegel. Unterstützung anfordern, weggehen. Mach, mach, mach. Empfehlung. Äh, Vergleich zeigt hermetisches Siegel in der Nähe. Navigationsdaten aus Notrufsignallager. Bergen. Er zeigt uns eins in der Nähe. Mission suche die Absturzstelle nach Vorräten ab. Alles klar. Finde ein hermetisches Siegel. Toxität ist ja wurscht. Das heißt, ich muss jetzt hier wieder aussteigen. Ich glaube, das war mit E, ne? So, und wo ist dieses Siegel von dem... Da hinten? Notrufsignal. Ja, wir gehen mal hin. Aber das muss ich wahrscheinlich erst die Kiste hier noch reparieren, oder? Ich drücke E. Szenario. Übertragen gelöscht. Mögliches Versagen bei Grenzschichtablösung. Schiff 16 geleert. Wächterinvention. Bewusstes Übertragen unbekannt. Diagnose. Keine Verbindung. Analyse. Erwarte neue... Was? Iteration. Eindämmung. Okay, ich mach mal Übertragung. Reise. Was sind das für Namen? Reise den Anomalien entdeckt. Reisen den Anomalien entdeckt. Also, so großgeschriebene Worte, ich weiß auch nicht. Position verzeichnet. Systemintegrationsscan installiert. Anomalie ist konform. Ein rotes Licht füllt meine Sicht aus. Ich sehe nur mehr Purpur. Und dann verblasst es. Die Farbe verblasst und die Worte. Ich spähe in das Gehäuse des Signals. Neben seiner Notrufübertragungseinheit enthält es ein Navigationsdatenmodul. Nehmen wir mit. Ist das zufällig das herbetische Siegel? Baue ein Signalbooster, um Navigationsdaten zu verwenden. Stelle Metallplatte her. Ey, das kennen wir ja. Metallplatte haben wir ja schon mal hergestellt. Boom. Und wie geht es jetzt weiter? Jetzt... Mehr herstellen, bewegen und stapeln, ausrangieren. Okay, jetzt hat er mir aber nicht gesagt, wie es weitergeht, oder? Raketenwerfer. Das war ja nicht das hier. Reines Ferrit habe ich noch offensichtlich ein Problem, wie ich es machen muss. Und hier haben wir noch das Problem mit dem hermetischen Siegel. Und das habe ich eigentlich gedacht, dass wir das jetzt mittlerweile entdeckt haben. Was haben wir hier? Grab. Bin ich auch nicht weiter hingelaufen, ne? Habe ich uns hängen lassen hier mit dem Grab? Da oben zeigt es jede Menge an. Aber wo finde ich das hermetische Siegel? Ich drücke mal C. Hier ist eine O2-Geschichte, direkt vor unserem Schnebele. Nehme ich mit. Die nehmen wir mit. Geht eh nicht mehr lang, dann ist wieder die Hälfte hier. Was haben wir hier noch? Das war das Grab, ne? Ey Leute, was ich jetzt gar nicht weiß, ich soll die Absturzstelle hier absuchen. Das mache ich ja jetzt. Ich hole da schon mal ein bisschen das Natrium ran und so, was hier noch rumliegt. Die braucht doch, ich baue die auch mal ab. Wie? Navigationsdaten geborgen. Baue ein Signalbooster, um Navigationsdaten zu verhindern. Stelle, Kohlenstoff, Nano-Rohr her. Ah, ich renne mal gerade vor der Drohne noch weg vorher. Ein Kohlenstoff-Nano-Rohr. Das muss ich jetzt nochmal herstellen. Das haben wir vorhin auch schon mal gemacht. Bauen wir. Ah. Das habe ich vorhin auch noch nicht gemerkt. Ich gehe nochmal zurück. Sammle Natrium. Dann sammeln wir Natrium. Wir machen alles, was du sagst. Wo ist Natrium? Da vorne ist Natrium. Da hole ich das jetzt kurz ran. Gehen wir mal zu der Blume noch. Was haben wir denn hier alles? Die haben wir. Was mir noch nicht ganz sicher schließt, ist, wo ich immer alles was gleich finde. Raumschiffreparatur, Mineraliensammlung ist gut. Das machen wir jetzt. Das müssen wir eh. Da ist eine Natrium-Blume. Zehn, glaube ich, waren es. Erschöpft auf Aufladung der Ausdauer warten. Ja, machen wir. Wie viel haben wir bekommen? 22. Ich hole mir die da unten auch noch. Hallo. Ich hasse die Drohnen jetzt schon. Dabei haben sie mir schon ewig nichts mehr gemacht. Die holst du auch noch. Nicht so gierig. Nicht so gierig. Vielleicht mag sie uns mittlerweile, die Drohne, weil ich auch mal was gescannt habe hier und gelesen habe. Wer weiß. Wer weiß, Leute. So, Navigationsdaten geborgen. Bauer, ein Signalbooster. Rufe mit Z das Baumenü auf. Ah. Oh. Alles klar. Wir gehen zurück. Das bauen wir alles am Schiff vorne lieber. Da kann ich tatsächlich ein Bauteil bauen. Das Grab ist ultra weit weg. Oh, komm. Nimm sie mit. Nimm sie mit, Alterle. Und ein bisschen Kohlenstoff mal wieder vielleicht. Ja, ja. Bau nur ab. Bau nur ab. Bau nur ab, mein Freund. Bau nur ab. Als gäbe es kein Morgen. Zieht der Alterle hier durch. Scha-la-li-la-lum. Ja, dann sind wir ja schon bei der dritten Folge und irgendwie gefühlt noch nicht wirklich weit gekommen. Giftschutz. Siehst du? Deswegen habe ich gesagt, du sollst es machen. Exo-Anzug ist klar. Hau den wieder hoch. Lebenserhaltungsmaßnahmen auch wieder hoch. Siehst du? Ich bin zufrieden mit dir. Du kommst langsam. Man darf es nur nicht vergessen. Und das ist ja nichts für mich. Meine Männlein brüllen normalerweise immer, dass sie Hunger haben. Leute, hier rechts unten steht auch Raumschiffreparatur. Und da ist so ein Symbol ab und zu. Jetzt ist es weg. Ich achte nochmal drauf, wann das wiederkommt. Ich würde sagen, diesen Signalgeber setzen wir dann hier ans Raumschiff, oder Leute? Vielleicht sollte man die Sachen mal wirklich sauber untersuchen hier. Nicht, dass da irgendwo noch was geht. Guck mal, hier hast du nämlich noch gar nichts sucht. Kann ich da eigentlich auch draufhalten? Er macht auf jeden Fall was. Wo baue man das Ding hin, Leute? Hier dazu zum Schrott. Beschädigte Maschine. Was brauchten die, wenn ich die reparieren wollte? Chromatisches Metall. Reparieren kann ich es ja nicht. Aber chromatisches Metall können wir eventuell herstellen. Jetzt pass mal auf, ich hau mal die Maschine hier hin. Wurfel. Signalbooster. Signale finden. Mehr erfahren mit P. Oh. Krasse Geschichte. Außenpostensignalisierung online, Navigation online, Exo-Anzug, Upgrade, Einheit online. Was bitte? Navigationsaufgabe auswählen. Daten eingeben. Nahe Strukturen orten. Entschlüsseln. Eine Absprungskapselkoordinat. Außenpostensignalisierung online, online, online. Bei Navigationsaufgaben auswählen. Hat das jetzt irgendwie wohl gemacht. Notfrequenz scannen. Kreuzvergleich der Navigationsaufgabe. Kreuzvergleich der Navigationsdaten. Boah, was geht denn jetzt ab? Ich habe keine Ahnung, ob das alles so richtig ist, was wir hier machen. Auch schön, wie das nahtlos wieder zurück scrollt. Was hast du da hinten gefunden? Es sah aus wie die türkische Flagge gerade im Moment. Koordinaten entschlüsselt. Entfernung 900. Das ist schon ziemlich weit weg, aber... Geh nochmal rein in das Ding. Da haben wir ja nicht alles gemacht, glaube ich. Leute, ist ein interessantes Spiel. Daten eingeben. Machen wir mal. Ach, das können wir jetzt noch nicht machen. Dann haben wir alles gemacht hier. Okay. Ich würde sagen, es geht dann bei uns weiter am... Was haben wir heute Mittwoch? Am... Mittwoch, glaube ich, gell, Leute? Freitag, Samstag kommen nochmal zwei Folgen. Bitte schreibt mir, wenn wir mehr machen sollen für nächste Woche, dass ich Bescheid weiß, ob ihr auch so viel Bock habt, wie ich gerade an dem Game. Ich will nochmal ganz kurz was gucken. Sieht man hier irgendwo den Namen chromatisches Metall? Ne, hier nicht. Jetzt gehe ich hier nochmal durch. Geh mal auf Raumschiff. Da sind wir gerade. Ne. Mach das weg. Dann auf Raumschiff. Okay, das war nichts. Ich gehe nochmal kurz rein. Ich muss mich ja zurechtfinden irgendwann. Ich gehe auf Raumschiff. Produkt herstellen. Stellen nützliches oder wertvolles Material her. Technologie installieren. Ich drücke jetzt mal links. Aber chromatisches Metall hat er nirgends hier. Das muss anders irgendwie gehen. Gehen wir auf Multi-Werkzeug. Technologie installieren. Drücke mal E. Blitzwerfer. Mehr haben wir momentan offensichtlich noch nicht. Okay, also das Menü ist sehr, sehr umfangreich. Das wird mit Sicherheit noch tierisch interessant, Leute. Der Signalgeber ist für mich, also dieses Koordinatenentschlüssel, wäre für mich jetzt ein Punkt, wo wir hin müssen. Weil, ich habe kein chromatisches Metall für die Reparatur hier. Unser Raumschiff braucht noch diesen, wie hieß das nochmal? Vergniesst nicht deinen Signalbooster aufzuladen. Den muss ich auch noch aufladen. Wie lade ich denn den auf? Wie ladet man den auf? Nahe Strukturen entschlüsseln. Weiß ich auch noch nicht. Werden wir aber rausfinden, schätze ich mal. Hermetisches Siegel finden. Navigationsdaten entschlüsselt. Erreiche die markierte Koordinate. Leute, da gehen wir in die Richtung. Ja, da müssen wir das Ding holen. Und dann geht es hier wahrscheinlich auch weiter. Schön, dass ihr dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr übermorgen wieder dabei seid um 18 Uhr. Zur dritten Folge No Man's Sky mit eurem Voucher. Und mit dem Alterle. Bis dann. Bis dann. Auf Wiedersehen.